Hallo Steinbock, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht. Schauen wir mal zusammen, Steinbock. Schauen wir mal zusammen. Hinter dem Deck habe ich die Karte der Welt, Steinbock. Die Karte der Welt, also Nummer 21, den letzten großen Arcana. Wir reden über einen Zyklus eigentlich hier, aber natürlich auch eine Reise. Also ich sehe hier eine Reise und auch eine geografische Distanz zu einer Person oder wie auch immer. Also die Distanz ist hier für eine Gruppe, die Karte der Welt, wie gesagt. Internet natürlich auch, also Kommunikation über Internet, viel Kommunikation über Internet. Nicht nur eigentlich mit einer Person allein, sondern es könnten mehrere Personen. Ich meine, das ist immerhin die Karte der Welt, also eigentlich ist international die Karte und mehrere Menschen, ja, verbinden sich ja durch Internet. Von da aus, das ist eine Karte, die Karte der Welt, die nochmals, ja, also mit vielen Kontakten eigentlich zu tun haben könnte. Ja, weil, wie gesagt, spricht auch über mehrere Personen dann in dem Fall Internet, ja, und so weiter. Also Kommunikation, die Arbeit ist hier nämlich auch. Und nochmals diese geografische Distanz, ja. Tatsächlich, ich sehe hier eine Reise. Da sage ich dir aber, Steinbock. Ich sehe schon hier eine Reise. Ja. Die Pläne sind eigentlich schon gemacht. Also die Sache ist, und das kann sogar mit der Arbeit zu tun haben. Es hat irgendwie die Verbindung, könnte, die Verbindung ist da. Es könnte mit der Arbeit zu tun haben, ja. Schau mal bitte jetzt hier. Also, einen Ritter der Kirche, Königin der Münzen und neun der Stäbe. Du siehst ja, also neun der Stäbe zeigt eine Person, die nicht im Vertrauen ist, ja. Warum? Weil, wenn du siehst, diese Illustration hier, diese Person, du siehst ja, diese Person stellt sich vielleicht auf eine Defensive. Du siehst ja, die Person ist bereits verletzt. Ist mehrmals verletzt. Und das ist der Grund, warum diese Person sich auf eine Defensive stellt. Diese Person vertraut momentan nicht so, ne. Die Person ist ängstlich. Also, die Person hat Angst hier auch. Ich habe Angst. Ich muss mich wieder auf die Defensive stellen. Ich muss mich wieder vorbereiten. Denn, was möchte die Person jetzt schon wieder von mir? Oder, ja, was möchte die Person von mir jetzt schon wieder? Immer wieder. Ja, und immer wieder. Ich werde ständig verletzt. Ich werde ständig, ja, und ich vertraue die Situation nicht mehr. Was will die Person von mir? Ich weiß nicht, für wem das hier spricht, jetzt Steinbock. Ja, die Legung kann sich natürlich spiegeln. Aber jemand stellt sich hier auf eine klare Defensive. Jemand hat Angst, jemand möchte nicht wieder verletzt werden. Und eine Person ist kurz vor einem Ende hier. Eine Person macht kurz hier tatsächlich ein Ende. Eine Person macht mit einem Zyklus bald ein Ende. Tatsächlich. 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 Ich weiß nicht, wer die Person ist jetzt hier. Aber jemand macht bald hier einen Schluss. Ein Ende. Warum nochmals? Weil schon oft das schon vorgekommen ist. Es ist oft das vorgekommen, dass ich verletzt wurde. Egal von wem, Steinbock. Es kann ein Kind sein von dir. Es kann einen Ex, einen Ehemann, Ehefrau. Es kann einen Wunschpartner. Ich weiß nicht, wie deine Situation ist. Es kann sogar deine eigene Mutter sein. Ja. Es kann deine eigene Mutter, deinen eigenen Vater. Es kommt drauf an. Ich sehe hier Verletzungen. Ich sehe diese Verletzungen. Ja. Auf den Wörtern kam Steinzeichen Krebs. Steinzeichen Krebs und die Nummer 1. Die Nummer 1 kommt momentan bei fast allen Steinzeichen heute. Ich glaube, ich habe nur die Nummer 1 gehabt. Es ist extrem interessant. Bei dir, du bist kurz vor einem klaren Ende. In einem Zyklus bei dir. Das ist das Gefühl, was ich bei dir bekomme. Steinbock, du bist kurz davor. Deswegen nochmals die Nummer 1. Wir reden doch hier über einen Zyklus. Es ist ein Zyklus hier. Ich zeige dir doch. die gerechtigkeit ständzeichen wagen die gerechtigkeit es kommt einen balance in dieser situation steinburg das ist eine karmische die karte die gerechtigkeit ist eine komplizierte karte also wenn die die karte kommt ist weil die situation tatsächlich kompliziert ist wir reden hier schon wenn die komplizierte situation wir könnten hier schon mit einer juristische sache zu tun haben sogar eine scheidung sogar es könnte sein dass das dein ex ist denn die mutter oder der vater deine kinder eine person die nochmals auf dich zukommt eine person die sich noch wieder versöhnen möchte also ich möchte mich versöhnen aber wir sind schon geschieden oder wir haben schon eine trennung hinter uns ist eine prüfung hier steinburg es gibt hier es gibt eine prüfung erstes wetter und die gerechtigkeit es ist hier diese juristische situation schau mal in der mitte habe ich acht der stäbe du siehst ja in die auf dieser illustration in dieser karte siehst du ein flugzeug einen koffer man sieht hier eine reise ich habe mehrere karten bei dir die für so eine handlung spricht für eine reise das ist kommunikation und die haben kommunikation über internet gesehen und auch diese reise das ist deutlich aber noch mal schau mal bitte hier die herrscherin es kann für eine frau wie für ein mann sein reden ja also wir nur über energien die herrscherin achte stäbe und neunte stäbe viel feuer element aber nochmals jemand möchte hier doch eine handlung machen und das ist schnell steinburg denn wir haben hier achte stäbe das ist eine schnelligkeit hier feuer element die energie zeigt sich nicht langsam du weißt ja manchmal ist es verschieden die energie zeigt sich hier aber nicht langsam also noch mal steinburg das kann hier perfekt für deine die mutter deine kinder reden oder der vater deine kinder und ja zum beispiel muss nicht sein jemand möchte hier kommunizieren jemand möchte hier diese handlung machen aber eine andere person stellt sich auf die andere seite auf eine klare defensive die energie zeigt sich nämlich so also steinburg ich habe ich habe hier bei dir eine königin der münzen königin der münzen königin der schwerter die herrscherin ich habe viele viele menschen hier viele menschen ich habe eine mutter oder sogar zwei muttern ich habe eine witwe oder eine person die sich scheiden lassen hat oder eine scheidung ist hier ich habe hier eine familiäre situation und viele menschen tatsächlich also steinburg in wenigen worten wirklich also ich spüre hier einen zyklus was spüre ich hier ich spüre tatsächlich einen zyklus einen zyklus den man noch nicht richtig abgeschlossen hat sei es weil man angst hat ja also ich habe angst diesen zyklus abzuschließen warum weil es kompliziert ja also es hat mit meiner familie zu tun und es fällt mir schwer es fällt mir sehr schwer es ist kompliziert es gibt hier diesen dieses gefühl von angst haben einen zyklus richtig einen zyklus abzuschließen das ist was ich hier spüre ich sehe hier einen zyklus und ich sehe eine person die sich mit dir erneut erneut versöhnen möchte denn die person kennst du ja die person kennst du sogar sehr gut ja und diese person kommt immer wieder es gibt hier das gefühl ist eine wiederholung also die wiederholung ist da die unendliche geschichte ist da und die person kommt immer wieder sehr romantisch und ziemlich überzeugend und ja ja steinburg ist hier eine schwangerschaft jemand ist hier schwanger oder gibt es ja schon babys ja sind babys irgendwie so ungefähr ich habe ein baby von dir also du wirst dich da verantwortlich machen wollen oder das babys doch von dir also steinburg das gesicht ich verstehe das hier schon ich weiß nicht ob du das gesicht sehen kannst aber diese person zeigt angst so ungefähr oh mein gott oh mein gott oh mein gott bitte nicht so ungefähr augeblick steinzeichen löwe steinzeichen wage stier ich meine steinzeichen sind nicht so wichtig ich habe ich kann alle steinzeichen gerade hier haben oder das könnte hier sogar oh mein gott oh mein gott ich bin schwanger oder ich werde papa oder ich werde mutter so ein gefühl ist das hier ich lache weil momentan ist diese situation bei mehrere steinzeichen und irgendwie man weiß doch was man macht wenn man was macht oder ja ich meine ich meine das trifft nicht uns allen aber hier gibt es babys das sage ich dir aber auch es kommt ein wichtiger gespräch hier steinburg steinzeichen stier ist bei dir gerade hier ne steinzeichen stier es kommt hier einen wichtigen gespräch hier steinburg steinzeichen stier ist bei dir gerade hier ne und eine person wird dir sagen schau mal ich möchte in unserer beziehung daran arbeiten ich möchte dass wir uns wieder eine chance geben und ich möchte dass wir ernst zusammen sind und zusammen bleiben ich möchte es ernst irgendwie gibt es diese situation hier sogar so ungefähr wir haben doch kinder zusammen wir haben kinder ja wir haben schon zusammen was aufgebaut also ich möchte dass wir wieder in diese beziehung zeit energie investieren und ja tatsächlich es kommt hier klarheit es kommt klarheit ich habe viele menschen die königin der münzen kommt dreimal bei dir königin der münzen wir reden natürlich über eine familiäre situation königin der schwerter zweimal königin der stebe steinburg deine energie deine energie soll ich dir ehrlich sein deine energie ist mir ein bisschen wie bei steinzeichen stier also es gibt hier eine eine synchronisierung mit steinzeichen stier die energie ist fast gleich ist gleich sage ich dir jetzt gleich warum ähm wir haben bei dir oft dass die karte der mond die karte der mond und das hatten wir bei steinzeichen stier auch dreimal die karte der mond bei steinzeichen stier bei dir haben wir zweimal nämlich auch es gibt eine ungewissheit hier eine ungewissheit die hier Kopfschmerzen gibt also die situation bereitet mir Kopfschmerzen oder ich kann nicht schlafen ich werde ständig wach nachts kann ich ständig nur an diese situation denken ich denke viel nach möchtest du eine mutter besuchen möchtest du eine mutter besuchen tatsächlich ist das eine einen wunschpartner ist das deine eigene mutter ist das ähm naja stänzeichen krebs ist wieder mal sehr präsent bei dir auch aber die sache ist hier eine reise eine reise weil eine person einfach nicht schlafen kann ähm nicht schlafen kann emotionell sehr ähm nicht gut geht ja also so ungefähr steinburg das kann für dich ein vater eine mutter sein ehemann 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 das kann hier ich weiß nicht wer die person hier ist aber es ist wichtig ja und ja ständzeichen stier äh diese person du hast hier entweder kinder mit der person oder baby sind hier äh ist eine komplizierte situation hier schon viele menschen muss ich dir schon sagen also eine familiäre situation äh viele möchten sich reinmischen vielleicht ich sehe hier viele menschen und geheimnisse sogar äh das wort geheimnis kann man hier groß schreiben ich sehe hier äh geheimnisse und äh es gibt hier ich habe keine äh wie sage ich ähm gemischte gefühle gemischte gefühle bei dir denn ich sehe nicht nur eine person natürlich nicht ich habe hier alle königinnen und oft dass ich habe ja also die die königin der schwerter zweimal königin der münzen zweimal königin der stäbe die herrscherin und eine hohe priesterin hohe priesterin und der und der hier aufwand also ich sehe hier natürlich schon eine situation aber ähm da ich so viele menschen hier sehe ich spüre ich habe gemischte gefühle äh ich sehe natürlich äh deine vergangenheit tatsächlich ja äh äh auf eine defensive stellt sich hier eine person eine person stellt sich quer auf eine klare defensive ja weil jemand hier jetzt sich versöhnen möchte sich entschuldigen möchte sogar so ungefähr ähm ja ich möchte mich äh ja ich möchte mich hier entschuldigen ich möchte mich hier versöhnen ich möchte vom herz zu herz mit dir reden und ich meine es ernst ich möchte in dieser beziehung dran arbeiten ich möchte schon ja ja wir haben kinder zusammen wir haben viel zusammen aufgebaut oder wie auch immer ich kann nicht schlafen ich denke die ganze zeit an dich ich liebe dich und ich kann dich nicht vergessen ich weiß meine mutter manipuliert hier es gibt hier eine person die sehr viel manipulation macht oder manipuliert halt ich sehe eine person eine mutter eine mutter die in manche fälle doch manipuliert ich meine äh manche mal sind wir halt so die sache ist ähm es gibt hier eine wichtige entscheidung so ungefähr ob du manipulieren möchtest oder nicht ist mir tatsächlich egal ja ich mache diese reise weil ich einfach nicht mehr kann ich kann es nicht mehr ich bin mit meinen nerven am ende ich bin emotionell sehr äh betroffen und ich kann nicht mehr ich muss tatsächlich diese reise machen ich muss diese reise machen ich muss diese person besuchen ich muss mit der person reden und es geht nicht anders weil das ist was ich möchte und punkt ja egal was du sagst egal was du machen möchtest ich entscheide für mich und was ich entscheide ist das weil ich nämlich darüber schon sehr lang nachdenke und ich bin auf diese ja auf diese entscheidung gekommen ich sehe eine ubegangsfase ich sehe hier ist ja ist eine reise ich sehe hier eine reise ich weiß nicht ob wir hier mit altersunterschied zu tun haben oder doch babys da sind oder wie die situation ist ja also steinburg was ich hier sehr deutlich spüre ist eine entscheidung ja grenze die setze also ich setze klare grenze so ungefähr das ist doch mein leben ich werde wohl für mich entscheiden können was ich machen möchte und ob richtig oder nicht ich darf mich ja irren ja ich kann mich ja irren und von da aus ich kann nichts machen wenn eine person da nicht einverstanden ist ich kann das nicht ändern schau mal bitte von meiner karten kam diese kinder von rauchern werden oft selbst zu rauchern ich weiß auch nicht momentan kommen sehr oft diese karten von rauchern ja und überhaupt hier steht das wort kinder hier sieht man auch kinder ja babys kinder du siehst ja dann so eine person du siehst die beschreibung von dieser person noch eine noch eine also ja logisch ich habe hier viele viele personen ja habe ich dir ja gesagt und das bestätigt auch meine karteien meine karten bestätigen das auch ich sehe hier klar wir hatten ja die karte die welt für dich als die karte die welt also das heißt internet mehrere kontakte durch internet mehrere menschen die sich kommunizieren durch internet und das sehen wir natürlich hier ja kann das durch die arbeit sein dass das mit der arbeit eine verbindung ist sehr wahrscheinlich es kann möglich sein dass das mit der arbeit zu tun hat es ist aber halt so dann kam auch so eine karte mit einem tatou einer person am oberen arm so einen tatou vielleicht sagt ja etwas das hier und eine katze kosmische verbindung nicht von dieser welt ich glaube das war bei bei wem war das jetzt schon wieder ich bin mir sicher wo das war aber die katze kam heute mit diesem mit das ja auch also also schau mal bitte jetzt steinbock von diesem orakel einen neuen beginn es fängt einen neuen beginn für dich an ja also was neues kommt einen neuen start ist kommen ja weil du bist ja kurz vor einem ende hier du bist tatsächlich kurz hier vor einem ende in eine bestimmte situation ja dann kann auch diese karte stimme dich ein auf das göttliche ja die gefühle also die gefühle man merkt hier die emotionen natürlich auch werden immer mehr und immer mehr also die emotionen es gibt ja schon eine emotionelle situation ja die die gefühle ja spürt man hier bei dir schon und es werden immer mehr ja und viel feuer viel feuer viel feuer spürt man hier in deiner energie vollmond in ständzeichen wieder du siehst ja ständzeichen fische und ständzeichen steinbock wie du schau mal von euch erzählen kam für dich das wort versenkung du siehst ja die versenkung ja also kommt in diese meditation natürlich ja also stimme dich tatsächlich stimme dich ein auf das göttliche ja also und es ist wichtig dass du in diese diese ruhe in diese meditation kommst warum weil du siehst hier in die auf diese person du siehst wie viele wie viele geiste hier und die person sind wie viele geiste wie viele menschen reinreden wollen ja wie viele menschen die ja sagen wollen was du zu tun hast wie du leben musst und überhaupt nein es ich meine es ist es ist nicht möglich ja es ist nicht möglich nein also jetzt ist natürlich schluss ja jetzt ist schluss denn ich war ich kenne deine situation nicht ich weiß nicht wie das hier für dich spricht aber du bist doch schon kurz vor einem ende du bist kurz vor einem ende sicher und das heißt für dich einen zyklus einen zyklus abzuschließen ja habe keine angst steinbock habe wirklich keine angst denn ängste sieht man bei dir man sieht diese ängste hier und angst spielt sich nur in unserem kopf ja also diese angst dieses gefühl angst zu haben spielt sich in unserem kopf wenn du das kontrollieren kannst wenn du dir in der situation bewusster wirst und kontrollieren kannst du wirst merken es gibt keinen sinn dass du angst hast angst existiert ja nicht ja in wirklichkeit existiert ja nicht es spielt sich nur in unserem kopf und das musst du kannst selbst kontrollieren ja solltest du selbst kontrollieren können damit du von dieser situation dich ein bisschen trennen kannst ja äh ich sehe hier natürlich angst ich sehe sogar für manche depression also eine depression hier ich sehe hier eine komplizierte situation und das hat mit einer Mutter zu tun äh ich sage einfach Mutter es kann die Mutter deine Kinder sein der Vater deine Kinder ich sehe hier eine Mutter ich sehe eigentlich keine Männer ich sehe mehr eine Frau ja das ist eine Frau und das kann wie gesagt die Mutter deine Kinder sein oder deine eigene Mutter tatsächlich ist deine eigene Mutter äh so eine Situation gibt es hier ja aber ich spüre hier eine Entscheidung so ungefähr ich entscheide für mich warum weil ich es nicht mehr ertragen kann ich kann es nicht mehr ich ertrage es nicht mehr ja ich ertrage es nicht mehr ja tatsächlich nicht tatsächlich nicht und ähm und ähm ja ja ich spüre hier ja wie gesagt eine Situation wiederholt sich ja äh äh was das jetzt ist ist interessant ja ja wow viele Menschen hier ich sehe einen Anwalt ich sehe die Gerechtigkeit einen Anwalt ich sehe eine juristische Sache ich sehe eine Scheidung ja 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 und eigentlich äh ich sehe dass eine Person sich glücklich fühlt ich fühle mich glücklich ja ich äh ich äh ich treffe hier eine Entscheidung ich lasse mich sogar scheiden ja und ich fühle mich glücklich ich bin glücklich ja 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 für eine Gruppe ich lasse mich ja scheiden und ich fange sogar was Neues an ja also ich ähm treffe Entscheidungen ich ja und ich fange für mich was Neues an sogar mit einer neuen Person tatsächlich steinbock das ist die Energie für kommende Woche ich spüre dass du hier noch mit einer solchen Situation dich konfrontieren wirst denn äh du wirst staunen du wirst sogar mit der Situation vielleicht nicht mehr rechnen weil das ist das Gefühl hier so ungefähr äh wirklich nochmals wieder das gleiche also das ist irgendwie so ein Zyklus aber ich spüre natürlich wie soll ich dir das am besten sagen ich spüre natürlich zwei verschiedene Situationen ja also ich sehe hier schon zwei Situationen und eine Entscheidung natürlich weil ich sehe die Vergangenheit aber ich sehe schon eine neue Person ja steinbock es ist eine klare familiäre Situation hier die wir hier haben es ist deutlich ja ich rede für Menschen die entweder in einer Beziehung sind verheiratet sind oder noch mit dem Ex eine enge Verhältnis hat oder sogar die Mutter ist die Person die diese Macht hat ja und ja also die Macht hat und kompliziert ist für manche erwachsenen Kinder ja diese Verhältnis zu der Mutter weil man diesen Kontroll haben möchte ja das spricht nicht für alle aber so eine Situation könnte hier sein ich meine ich kenne deine Situation nicht und ehrlich gesagt manche familiäre Situationen sind extrem kompliziert ich könnte selbst nicht mich da rein ja ich könnte es nicht verstehen ja ich könnte es nicht verstehen sowieso nicht aber du willst schon wissen was das hier für dich heißt ja ähm tatsächlich also steinbock das ist die Energie ich danke dir für deine Likes für deine Abos und ich wünsche dir ein schönes Wochenende ja bis bald tschüss es ist aber ich Untertitelung des ZDF, 2020